Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier bei Wismar TV. Ich bin heute zu Gast in der VR-Bank hier in Wismar und neben mir sitzt Susanne Peters-Meyer von der VR-Bank in Wismar. Hallo. Hallo. Und zu meiner rechten Seite Annette Joppke. Sie sind Projektvorsitzende des Theatersommers Wismar in der Georgenkirche. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Alles klar. So, dass du das erklärt haben. Theatersommer Wismar, das geht vom Juli bis August. Was genau ist das eigentlich? Wir führen die über fünf Jahre erfolgreiche Veranstaltungsreihe Klassiker-Tage fort, die es von 2014 bis 2018 gegeben hat. Die sind im vergangenen Jahr abgesagt worden und wir haben uns als Verein, als Theaterverein entschieden, diese Veranstaltungsreihe fortzuführen und uns gleich an ein großes Projekt gewagt und zwar an den Shakespeare-Klassiker Hamlet. Das ist ja nicht schlecht, auf jeden Fall. Und sowas muss ja unterstützt werden. Deswegen sind wir natürlich auch in der VR-Bank hier. Die VR-Bank unterstützt dieses Projekt unter anderem auch andere Projekte. Warum eigentlich? Ja, das ist bei uns im Grunde genommen einfach begründet. Unsere Genossenschaftsidee, die wir ja täglich leben für unsere Mitglieder und Kunden, die einfach heißt, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Und insofern begleiten wir viele Projekte in der Region, sei es jetzt im kulturellen Bereich oder auf sportlicher Ebene, karitative Projekte. Zur weiteren Förderung kommen wir gleich noch. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Hamlet an sich. Was ist das Besondere an diesen Theatertagen? Es findet in der Georgenkirche statt, denke ich mal. Worauf können sich die Zuschauer da freuen? Die Organisatoren damals, die haben sich diesen Spielort ausgesucht und festgestellt, dass die Sand-Georgenkirche nach klassischem Theater schreit. Deswegen hat es auch von 2014 bis 2018 hochwertige Inszenierungen gegeben, klassische Inszenierungen. Und zwar den Jedermann haben wir ja fünf Jahre gespielt, dann den Faust und von Evgenie Schwarz, den Drachen. Und unser Theaterpublikum hat uns das auch bestätigt, dass sie fasziniert waren, erstens von der Spielstätte und zweitens von den Stücken. Wie weit sind Sie da jetzt in den Vorbereitungen? Ich habe gehört, die Schauspieler sind jetzt mittlerweile ausgesucht. Genau, das Schauspielteam ist engagiert. Die haben sich auch schon beschnuppert. Jetzt wissen wir, wer die Rollen spielt. Deswegen können jetzt auch die Kostüme geschneidert werden. Und der Bühnenbau ist jetzt fortgeschritten. Also wir sind da voll im Zeitplan. Sie werden ja finanziell nicht nur durch die VR-Bank unterstützt, wo wir heute zu Gast sind, sondern Sie haben ja auch viele andere Partner. Wer ist das zum Beispiel? Als allererstes die Hansestadt Wismar, die von Anfang an hinter dem Projekt steht. Natürlich weitere Kooperationspartner und die vielen regionalen Unternehmen, die dieses kostenintensive Projekt auch sponsern. Jetzt muss im Prinzip nur noch das Geld dafür da sein, dass es im Prinzip auch alles stattfinden kann. Und da reiche ich mal wieder die Staffelsterbe rüber. Denn Sie haben eine neue Crowdfunding-Aktion gestartet über die VR-Bank. Wie funktioniert das und an welcher Stelle sind wir da gerade? Ja, also zum einen unterstützt die Volks- und Raiffeisenbank die Theaterfestspiele oder die Volksbanken und Raiffeisenbanken den Theatersommer mit einem gewissen Sponsoringbetrag, weil wir ganz einfach auch möchten, dass dieser kulturelle Part über wismarische Grenzen hinaus bekannt wird und unsere Kunden und Mitglieder das einfach ganz toll fanden. Wir haben jetzt eine Crowdfunding-Plattform. Wir freuen uns eigentlich sehr, dass wir dieses moderne Feature dann auch an die Rampe stellen können und dem Theaterverein zur Verfügung stellen können und mit ihnen gemeinsam dieses Projekt begleiten. 10.000 Euro wollen wir gerne einsammeln und hauptsächlich eben fürs Bühnenbild. Die Fanphase haben wir erfolgreich jetzt durchlebt. Einen Monat haben wir Fans gesammelt, über 100 haben wir erreicht und nun befinden wir uns in der spannenden Finanzierungsphase. Gucken also täglich auf den Saldo, ob sich schon etwas in der Finanzgala getan hat und 50 Tage haben wir noch um die 10.000 Euro zusammen zu kriegen, aber eigentlich sind wir zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Welche Beträge werden da so gespendet? Was haben Sie da so gesehen? Sie können ganz einfach von 5 Euro dort das Projekt unterstützen, aber ich weiß der Theaterverein hat da auch sehr lukrative Dankeschön-Gimmicks dazu gepackt. Also wenn Sie alleine schon 200 Euro zum Beispiel spenden, haben Sie zwei Eintrittskarten mit inklusive. Ich glaube das ist schon sehr interessant und auch für kleinere Unternehmen bis zu sechs Karten kann man glaube ich dann mitbekommen, dürfte das ein kleiner Betriebsausflug werden können. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, alle Informationen finden Sie in der unten eingeblendeten Internetadresse. Da haben wir auch noch mal die Adresse hingeschrieben, wo genau Sie die Crowdfunding-Aktion unterstützen können und dann würde ich sagen schon mal vormerken im Kalender, ab dem, ich lese nochmal nach, 3. Juli bis 8. August in der St. Georgenkirche in Wismar, Theatersommer, Hamlet, ich glaube das lohnt sich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in der Wiederwoche. Tschüss.